Pablo! Grande! Was geht, Jungs? Pilal, wie geht's dir, Mann? Das ist sicher ein Missverständnis hier gerade, Jungs. Was geht? Alles klar? Alles bestens, Amige. Und hier? Pilal, du siehst ein bisschen verletzt aus, Mann. Ist alles okay bei dir? Ich sehe voll einen Sau, sagt mir dieser Pein an Arschweißer. Ah! Du Wichsel! Pilal! Was war das denn? Ich habe den nicht angespuckt, Mann. Ich habe den gespuckt, Mann. Ich habe den gespuckt, Mann. Ich habe den gespuckt. C. Wenn du noch einmal so was machst, ne? Dann verkeh ich den! Geh Scheiße. Nur damit das klar ist. Gut, mach sie dir anfassen, aber lass sie laufen. Hast du das? André, pass auf dich auf, Amige, oder? Haste, 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 Haste.